Let's go! Ich hab sie immer unten links und es geht immer fit. Alright, let's go! Sooooooo... Einer hat sie nicht gemacht? Oh mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? WTF? Es wird euch so Schmerzen bereiten. So, das muss passen. Ich hab mein Bestes gegeben. Hast du dich eingestellt? Kein Druck? Digga, holy shit. Oh wow! Was ist das denn? Digga, was ist das für ein Vieh hier, alter? Was ist das denn? Äh... Digga, wie soll das sein? Ist keiner racist? What the fuck? Soll das alle unser Handy anmachen? Und alle in eine Gruppe? Und einer spammt die... Oh, Junge. Alter, was ist das? So ein gutes Detail! Digga. Wir sind elf Hates! Viel zu weg. Oh, was? Darf man schreiben dazu was? Nein, nein. Was? Nein? Hä? Ja, das hab ich auch überlegt. Ja, klar, klar, klar. Kali, deutsche Picasso. Deutscher Mozart. Ja, okay, das war jetzt irgendwie nicht so nice. Äh... Ihhh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für eine absolute Kacke? Alter, zweite Klasse, erst mal einen Pinsel in der Hand. Was ist es? Äh... Junge, wer soll das sein? Warum? Scheiße, was ist das denn? Keine Ahnung. So, mach mal den hier. Hm. Äh... Was? Was? Okay, irgendeiner von euch... Irgendeiner von euch... Äh... Wer war's? Wer war's? Der soll jetzt zugeben, wer es war. Was? Wer von euch malt nur schwarz-weiß? Ups. Hä? Nein, nein. Niemals. Ich hab schwarz-weiß gezeichnet, aber ich glaube, das ist trotzdem gute Zeichnung. Wer hat diese Schriebe? Oh, ey. Abgelehnt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich hab nicht mehr Haare... Ich hab nicht mehr Haare dran. Ich hab verkackt, weil ihr dich so schreit... Nein! Boah, wie lang geht denn das? Die Runde ist ja krass. Wer hat denn Mensch is geschrieben? Was ist das? Ja. Oh, die Zeichnung war top gerade. Oh, holy shit. Äh... Was ist das für die Zeichnorm? Äh, 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 ne, 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 vorbei. Mit irgendwelchen Leuten können wir das Spiel nicht spielen. Ne, irgendjemand, irgendjemand fliegt raus nächste Runde. Mhm. Ey, meine Zeichnungen sind so gut und hier hat irgendjemand... Derjenige, der gerade über mich redet, wüsste, was ich da, was ich beschreiben muss. Ey, einer von euch zeichnet zu schlecht, der fliegt raus. Jaja, irgendwer muss... Ja, ich fliegt raus. Ich weiß es schon. Also, das hier ist auch extrem scheiße. Morten, du hast... Also, hast du gerade in den letzten... Du hast jetzt die Farbe Haut für dich entdeckt, oder Morten? Ja, das war ich schon. Ja, dann... Was ist das für ein Boot? Was ist das denn? What the fuck? Oh fuck. Egal. Ich fliegt die nächste Runde raus, weil ich so scheiße mal, das geht nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, das ist Rene. Ich habe echt gute Freude für die Fliege gemacht. Also, ich dachte, ich fliege raus, weil ich scheiße mal, aber was ist das denn bitte? Was ist das denn für eine scheiße? Warum, wer soll das sein? Warum ist er nackt? Slow ist diese Zeichnung. Oh, wir müssen jetzt gleich irgendwen ersetzen, durch wen der besser zeichnen kann. Ja, jetzt... Fabo Aberray, LS Pippa. Das ist auf Englisch. Fabo ist aber als... Wo ist das denn? Was der fuck? Fabo aber als Bibor, WTF? Das war übelguckig... Fresher Bienest Sour. Hey, was hast du da eingestellt? Warum ist das Englisch? Welche Bienest Sour? Das ist ganz normal eingestellt. Ich bin sauer, und ich seh! Ich bin sauer. Verdobene Bayernens Tisch. Was? Der fuck? Ich mach's aus, hab's tun ausgemacht, das war keinen Sinn. Ja, zack. Hä? Bin stich der Kuchen, man! Jo, ich hab dich eigentlich abgeschmissen! Boah, los! Was soll ich machen? Digga... Richtig... Richtig geschmissen, Alter! Richtig geschmissen! Ah, sexy Schlech! Ich hab irgendwo ein Wurst gemacht! Junge! Digga! Let's go! Mach langsamer! Next. Let's go! Der ist der einzige Schlechmann! Oh shit! Da fliegt... Alter, Henkel! Ja, klar, klar! Digga! Oh shit! Hey, aber der Sinn ist noch da! Der Sinn ist noch da! Digga, Fabo! Was ist es? Oh shit! 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 Digga! Das ist fucking trash! Digga, da mal ein Schwein besser! Das war meine beste Zeige von allen! Digga, was ist das denn? Das ist alles funktioniert! Ey! Digga! Warte mal, stopp mal ganz kurz! Noch nicht weitermachen! Wie sind wir von... Geil, weiter geht's! Komm, next one! Hab sogar die Blitze noch dazu gezeichnet! Ey! Geil! Was ist das? Was ist Zulul? Nein, der schwarze Lul! Mein Gott, so lost, Romatra! Nein! Da waren wir... Ey, Lul! Wie gut! Bravo! Hast du so lost, Alter! Digga, Henkel, hast du mich jemals gesehen? Was ist es? Nein, hab ich nicht! Oh nein! Damit haben wir die Normis aus der Runde rausgefiltert! Nee! Junge, ich kack ab! Was? Der feil in die Bus? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie brutal wird das? Der Druck wird vom Fall! Oh mein Gott! Ja, die Sachlage war klar! Morten kann das Spiel nicht! Hä, so schlecht war's! Das wurde umgegreifend. Oh mein Gott! Okay! Alles klar! Laaaaaaaaaaaaah! WRAimsenter WW совершенно Was? Der geht wirklich! Die Erde ist rot! You, what the f? Junge! He! Ein krasser Blutstuhl! Er mit endebrauner Haare! Die see Caruso! Caruso hat eine Brille auf, deswegen. Digga, Morten! 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 Was ist das denn? Das ist so krank. Alter. Junge, ich kacke komplett ab. Was ist es? Guck mal hier. Das ist Rohfrass. Morten, ich kacke weiter. Digga, also er nicht. Digga, Morten, wie du so ässst. Wie du so ässst. Digga, zwei linke Hände. Das ist wirklich arsch. Es ist kacke gerade Linie. Als hättest du einen Anfall. Morten, du bist eine Legende. Das ist heftig, Mann. Das musst du unbedingt hochladen, Morten. Ich will erst sehen, wie du das gezeichnet hast. Ich kann halt nicht zeichnen. Ey, ich mag nicht, dass ich direkt wix bin. Ja, ja. Ey, Morten, wirklich. Morten, ich wüsste nicht, was ich doof. Ey, man wird nicht so gut umgesetzt. Ja, aber ich wusste nicht, dass man halt 1 zu 1 die Wörter auch draufschreiben kann. Ja! Ist das Danny? Safe. Hab ich gar nicht gecheckt, war aggressiv, als ich gesehen hab. Nein. Alter, Romantos, wie gut. Alter, Romantos, sick. Guck mal, das ist weitergegangen. Guck mal. Let's go. Der sieht aus wie geisteskranker. Ach, du wusstest... Nee, was? Der ging aus wie so ein Horrorfilm. Das ist ja eine Hunde-Karte. Ja, what? Tiktok? Hast du ein Smartphone, wo Tiktok drauf ist in den Weltkern? Ja, ja, hab ich tatsächlich. Nein, Sebo ist 35 Jahre alt und hat ein Kind. Ja, vielleicht ist er schlauer. Hey, singt! Singt! Ey, Mann, was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Der sieht aus wie ein Teletubi, Alter! Ja, sorry, aber... Ey, das versaut so alles. Es versaut so alles. Es ist schlimm, ey. Junge. Du, ey, bei mir kackt der nur noch. Kackt, kackt, ich nicht helfe, ich bozo und shit. Jaaaaaa... Stark. Kackt, 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 nackt. Nein! Du warst bei Carly, macht Kackgeräusche, dann hat Morten gezeichnet und wir sind geendet bei einem riesigen mächtigen Kackhaus. Ey, kannst du dich aussagen? Ich kann nicht mehr. Ey, Morten, du musst jetzt bis dahin immer dabei sein. Fuck, ey. Oh nein! Oh nein! Ey, ja, was ist es? Kackt, nackt, nackt. Was ist ein Nasenkäfer? Marienkäfer. Marienkäfer ist auch ein Nasenkäfer. Hab ich noch nie gehört, den Begriff. Marienkäfer auf der Mauer. Du kannst meine, du kannst meine. Digga, pack auf, da ist so ein Pfeil. Deswegen dachte ich, der springt runter. Gut, das ist auch gut, ja. Marienkäfer fällt in Lehmgrube. Jo. Marienkäfer fällt in Lehmgrube. Marienkäfer Gulag einfach. Ja, das ist gut. Hab eine gute Lehmgrube. Einfach ein blaues Loch. Ein blaues Loch. Ja. Junge, ey, was ist es? Ey, kann man starten. Du hast eine Nasen, mach's durch leckere Marshmallows. Ich, ich kack, komm nicht ab. So, Hank, jetzt bitte was Gutes. Das ist doch keine Katze. Ey, wollt du, ich hab's noch meinen gezogen. Ja. Nice. Ja. Ja. Geil. Ja, du bist nur so gut. Hm. Nummer, der zieht an, der Schicksal. Nice, nice. Oh Gott. Alter, es ist okay. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Meier. Digga, geil. Morten ist geil einfach. Ja, Morten ist absolutes Highlight. Das hab ich so entstanden. Oh Junge. So sieht doch Caruso nicht aus. Leute, ich kenn euch nicht. Henke ist Apfel. Stimmt. Stimmt. Schöner Mann, da hat Zähne gut getroffen. Na klar. Alter, mit Möwen und Sonne, gut. Oh, schön, schön. Okay, das könnte was werden. Oh, nein. Ja. Hier ist eine Katze, die im Apfel im Sommer ist. Oh, nein. Oh, nein. Süß. Sweet, ja, 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 ja. Ein Bär, wo ist das Bär, aber nach Köln? Ein Bär. Ein Bär. Digga, was das tut für Bären, Alter. Ey, Morten, geil, das ist der Alter. Ich habe das Gefühl, der macht das bei Bedarfssicht. Das ist so geil, ey. Die Schnurhaare haben gefehlt, okay, mein Fehler, ja. Ich schlug den TNT-Headporter an. Digga. Oh, Jesus. Ein Lieferdienst. TNT ist ein Arbeitsplatz, also ein Spieltür. Greif, TNT im Baller an. Guck mal, was ich gemacht habe. Ich gucke, das ist angenehm, wie ich es laufen habe. Junge. Was? 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 Hey, Morten. Ja, Morten, sorry. Morten, nein. Ich sag das ja echt, ich verstehe, dass wir uns einmal an oder so. Ich fahre. Morten hat es extra. Ja, ich dachte, das soll ich mich malen, einfach. Jo, Hanky, Alter, mit dem Ewa. On the road again. Die Schnurhaare sind unter dem Helm. Und dann habe ich einen Take-Oder gemacht. Come Morten, Finale. Gib ihm. Ich. Ein für ich. Ich kack komplett an, Digga. Oh. Ich habe dir der falsch gesagt. Was ist das für ein Pferd, Max? Ja, komm, reden wir nicht mal mit dem Pferd. Oh, warte, Pferd ist geblieben. Ey, Swaggy. Aha. Nein, das Pferd ist monster Gesicht. Der Schokerei auf mein Pferd ist sonst relisch. Alter. Stark, stark. Digga, das Pferd ist ein Dackel, Alter. Geil. Ja, wir haben alle geile Dackel. Okay. Yo, Hank. Oh, Varro. Das ist kein Pferd. Digga, Farro. Du meinst wie eine Dinosaurier. Dinosaurier, frisst raus da ein. Oh, Junge, ey. Nein, da häng ich's drauf. Digga, komplett schlimm, ey. Es ist herrlich. Es ist herrlich. What the fuck, Alter. Alter, haben wir es verkackt. Oh, mein Gott. Also die... Ohne Witz, die schlechteste... Das war furchtbar. ...Gartic-Phone-Runde der Welt, oder nicht? Ja, aber ganz schön. Ich kann dir nicht vorstellen, dass jemand schlechter war als wir. Morten, Digga, du bist eine Legende, wirklich. Das ist Geisteskrank. Was ist es? Das ist Geisteskrank. Musik